Auch Porsche-Zentren setzen auf fortschrittliche Ersatzteillagerung in Hähnel-Lienliften. 90% aller gebauten Fahrzeuge von Porsche befinden sich weltweit noch im Einsatz. Dies setzt besondere Anforderungen an die Ersatzteillagerung und an die Lagerverwaltung voraus. Im Ersatzteillager des Porsche-Zentrums Nürnberg-Fürth-Erlangen befinden sich zwei Lienlifte direkt neben der Werkstatt. Durch Einsatz dieses Lagersystems konnten 60% der Grundfläche eingespart werden. Dies ist besonders bei Autohäusern von hoher Bedeutung, da Innenstadtlagen mit hohen Grundstückspreisen verbunden sind. Unterschiedlichste Ersatzteile sind übersichtlich und geschützt eingelagert. Ob Kleinteile oder große Ersatzteile, alle steht geordnet und über Artikelnummer abrufbar schnell zur Verfügung. Kurze Wege garantieren eine optimale Versorgung der Werkstatt mit Teilen. Das jeweilige Ersatzteil kommt auf Anforderung in ergonomischer Entnahmehöhe zur Bedienperson. LED-Fachanzeigen in der Entnahme signalisieren den Lagerort des benötigten Ersatzteiles. Umständliches Suchen gehört der Vergangenheit an. Hähnel Industrielifte sind das optimale Ersatzteillager für Autohäuser. Schnell, effektiv und wirtschaftlich. Mälig zweifvat den Kleinteilen alsοιπόν concerned. Wirklich Nowektions Traitor genAn ведort sich an einem Orser, Wirklich Nowektion undzur.